Das Leben vergibt keine Schwäche. Die sogenannte Menschlichkeit. Anders kann man das nicht machen. Umkrepp ihn. Ich muss hier weg. Ja, ist das eben wahnsinnig geworden. Das ist der schlimmste Verrat von allen! Getreueste Verträumen. Ob sich zu autorisieren behauptet, ich werde krank! Ich werde sofort zum Bericht! Ach du kank, er muss zur Verfügung stehen. Nein! Nein!